10 Dinge, die du unbedingt vermeiden musst, wenn du eine Fettleber hast. Ja, die meisten Menschen denken, es geht um sowas beim Thema Fettleber, nämlich einen billigen Fusel. Aber die Wahrheit ist, dass viele, viele Menschen eine Fettleber ausbilden, obwohl sie überhaupt nichts trinken oder obwohl sie ganz, ganz schlank sind. Und die Zahlen sind wirklich alarmierend. Etwa 25% aller Menschen haben eine Fettleber. Ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dr. Selz. Ich bin niedergelassener Arzt. Ich beschäftige mich sehr mit der Leber, denn mich interessiert dieses Thema einfach ungemein. Ich bin einfach so ein Liebhaber von Giftstoffen und wie man wieder entgiften kann. Und in diesem Video geht es um die Leber und es geht um die Fettleber und in erster Linie um die nicht-alkoholische Fettleber. Aber hier schauen wir uns natürlich erstmal die alkoholische Fettleber an. Ich möchte Sie gar nicht langweilen mit diesen Informationen. Die Ursache ist einfach Alkohol. Wir können unsere Leber richtig schön aufplustern mit Fett sozusagen, wenn wir ihr sehr viel Alkohol geben. Das wollen wir natürlich nicht. Aber hier soll es gehen um das, was die meisten Menschen haben, nämlich die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung. Und die Ursache, und das kann ich schon vorne wegnehmen, ist meistens das metabolische Syndrom oder auch das Übergewicht. Also nicht jeder Übergewichtige bekommt eine Fettleber und nicht jeder, der eine Fettleber hat, hat Übergewicht. Ich zeige Ihnen gleich Zahlen dazu. Total interessant. Wir haben in Deutschland nämlich eine Leitlinie, die das alles sehr, sehr schön zusammenfasst und auch die Therapieempfehlungen zusammenfasst. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Wie gesagt, 20% der Menschen mit Fettlebererkrankung sind normalgewichtig und auch Kinder und Jugendliche können davon betroffen sein. Was passiert eigentlich bei einer Fettleber, wenn die Leberzelle Fett einspeichert? Dann kann es eben zur Fettleber kommen. Bis 5% ist völlig normal. Das heißt, die Leberzelle selbst speichert Fett ein. Aber wenn wir über 50% eingespeichert haben, also wenn über 50% der Leberzellen dann Fett enthalten, zu viel Fett, dann spricht man eben von einer Fettleber. Aber nicht verwechseln, die Tendenz zur Fettleber oder die Entwicklung zur Fettleber ist schleichend. Und sie ist eng verbunden mit dem Insulinspiegel, mit der sogenannten Insulinresistenz, mit der Aufnahme von Kohlenhydraten und so weiter. Das, was sehr, sehr gut schmeckt, das werden wir gleich sehen, das kann dann zur Fettleber führen. Und letzten Endes ist schon die Ballonierung, sagt man dazu, also die Tendenz der Leberzelle, dieses Fett aufzunehmen und zu speichern, krankhaft. Und die große, große Gefahr bei einer Fettleber ist, dass sie sich zusätzlich entzündet und dass wir dann leider Gottes diese Stadien hier durchlaufen. Und zwar das Stadium des Gesunden, dann hin zur Fettleber und dann leider Gottes die Leberfibrose, wenn also die Fettleber sich nochmal bindegewebig umwandelt, wenn sie hart wird und dann quasi das Lebergewebe sich umbaut, dann kann es eben zur Leberfibrose kommen, Bindegewebe wird eingespeichert und wenn sich das Ganze dann noch negativ knotig verändert, dann sind wir bei der Leberzirrhose und Sie wissen vielleicht, die Leberzirrhose kann sich dann auch nochmal zum Krebs entwickeln und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. So, eine sichtbare Verfettung ist die Gänsestopfleber. Das ist eine Delikatesse aus Frankreich, wo einfach die Gänse gemästet werden. Mit was werden sie gemästet? Mit massiven Kohlenhydraten, mit Mais. Man stopft ihnen ganz brutal das runter, innen wirkt sie sozusagen, erwirkt sie mit dem Maishalb, dass sie den aufnehmen müssen und letzten Endes haben sie dann hier diese sichtbare Verfettung, die Gänsestopfleber gilt als Delikatesse. Und nochmal kurz zurück zur alkoholischen Fettleber, weil es ja doch viele Menschen wahrscheinlich sehr interessiert. Da ist es ganz interessant, das ist auch eine neue Erkenntnis der Medizin. Jeder verträgt Alkohol anders. Also wir haben total individuelle Grenzen bei der Fettleber, hingegen bei der nichtalkoholischen Fettleber. Dort sehen wir eine Tendenz und die zeige ich Ihnen gleich eben mit dem Insulinspiegel. Also nicht jeder, der viel trinkt, bekommt dann tatsächlich eine alkoholische Fettleber. Also auch wieder ein sehr, sehr interessanter Zusammenhang. Wenn Sie eine alkoholische Fettleber haben, nichts mehr trinken, sofort Schluss machen damit. Absolute Alkoholkarenz, absolute Nikotinkarenz, denn die Leber steht jetzt wirklich auf dem Spiel. Die kann sich wirklich jetzt sehr, sehr schnell fibrotisch umbauen und dann letzten Endes auch sich zur Leberzirrhose umbauen. Und ich würde wirklich hier sagen, und das ist auch die allgemeine Empfehlung, sofortiger Stopp. Wir wollen aber sprechen jetzt über das metabolische Syndrom. Wir wollen sprechen hier, wie entwickelt sich in der Normalbevölkerung eben dieser hohe Anteil von 25% der Fettlebern. Ganz kurz nochmal, die Leber sind knapp 500 bis 600 Prozessen beteiligt und sie ist eben auch am Energiestoffwechsel beteiligt, und zwar am Zuckerstoffwechsel. Ich zeige Ihnen gleich, wie das funktioniert. Sie macht natürlich auch noch Eiweiße, das Albumin, die Globuline, das ist unsere Eiweißreserve. Sie bildet auch das Cholesterin, das werden wir dann gleich sehen, dass das auch bei der Fettleber eine wichtige Sache ist. Sie bildet Hormone, sie ist dort im Hormonstoffwechsel, in den Gerinnungsfaktoren und so weiter involviert. Und sie scheidet natürlich Giftstoffe aus, beziehungsweise kann Giftstoffe umwandeln, sodass sie ausscheidungsfähig gemacht werden. Und wir sehen das immer wieder bei Leberzirrhose-Patienten und so weiter, die schon wirklich sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Wenn die Leber aussteigt, dann gibt es eben diese Probleme mit Blutungen, inneren Blutungen und so weiter. Das ist wirklich eine, kann ich Ihnen sagen, aus klinischer Erfahrung, eine sehr, sehr unschöne Sache. Ich habe gesagt, der hohe Blutzuckerspiegel oder Blutzucker, der Zuckerspiegel, der wird ein Stück weit mitreguliert von der Leber. Und die Leber, die kann Zucker einspeichern. Das wissen die Marathonläufer, die trainieren sozusagen, dass die Leber eben einen gewissen Teil oder die Energie zum Stück weit aus der Leber kommt, aber dann, dass die Fettsäuren verbrannt werden, dass man sozusagen in einen anderen Stoffwechsel reinkommt. Das sportliche Training macht es. Und Sie können sich dieses Glykogen so vorstellen, dass es eben hier ein sehr, sehr verzweigtes Molekül ist. An dieses Molekül werden laufend neue kleine Zuckerteilchen rangekettet. Und so kann Zucker eingespeichert werden. Und Sie sehen hier dieses große Molekül. Und ich habe Ihnen hier einen Fall gemacht mit den Zuckermolekülen. Und es kann also viele, viele tausende Moleküle weit verzweigt kann dieses Glykogen aufgebaut werden. Glykogen eben der Speicher für Zucker. Und wenn wir einen niedrigen Blutzuckerspiegel haben, dann kann quasi die Leber dieses Glykogen wieder nehmen und kann das wieder in Zucker retour umwandeln. Es werden hier einfach Moleküle oder Zweiermoleküle abgeschnitten. Und dann steht uns wieder ein guter Blutzuckerspiegel zur Verfügung. Und was macht die Leber noch? Sie kann eben hohe, hohe Mengen an Blutzucker oder an Zucker speichern. Und zwar sie kann diese Zucker in Fett, in Fettsäuren umwandeln. Und das ist das große Problem bei der Fettleber. Die Leber ist sozusagen ein Zucker und ein Fettspeicher. Und die Leber wird regelrecht zur Fettfabrik und zum Fettbunker durch unsere moderne Ernährung. Denken Sie an die raffinierten Fette, an Kohlenhydrate in Kombination mit Fetten, Chips, Pommes, fettig rausgebackene Sachen und so weiter. Das ist das wahre Gift für die Leber. Und ein zweites Problem haben wir. Zucker lockt Insulin ins Blut. Das heißt, wenn wir so einen Zuckerspiegel haben, dann muss es einen Stoff geben, der der Leber gewissermaßen sagt, hey, hier ist gerade Zucker da, bitte speichert es jetzt ein. Und das ist das Molekül Insulin. Und Insulin kann dann bei einem sehr, sehr hohen Zuckerspiegel fatale Folgen haben, weil daraus resultiert quasi auch ein hoher Insulinspiegel. Es provoziert regelrecht, dass das Insulin sehr, sehr stark ausgeschüttet wird. Wenn das Insulin dann nicht mehr funktioniert, dazu kommen wir gleich, sprechen wir von der Insulinresistenz. Das heißt, die Zellen hören nicht mehr aufs Insulin und die Zellen missachten quasi den Befehl, dass sie diesen Zucker einspeichern sollen. Aber erst mal schauen wir uns das an. Insulin schiebt quasi regelrecht Zucker in die Leberzelle rein, übrigens auch in die Muskelzelle. Darum kriegt man wieder relativ schnell Kraft, wenn man etwas Zuckerhaltiges isst oder wenn man bei der Waldarbeit dann Bier trinkt oder so irgendetwas. Dort sind ja auch einfache Zucker drin. Man merkt es sofort. Es geht wieder sofort in die Muskulatur. Und Insulin fördert natürlich die Umwandlung dann, dass der Zucker eingespeichert werden kann als Glykogen. Und es hemmt natürlich die Freisetzung von Zucker. Wir sind ja nicht jetzt im Stoffwechsel, der den Zucker wieder freisetzen soll, sondern in einem Speicherstoffwechsel. Und Insulin fördert leider Gottes auch den Fettabbau in der Leber. Das heißt, Insulin zieht regelrecht Fettsäuren in die Leber. So kann man es sich vorstellen. Und es hemmt dann natürlich wieder auch den Fettabbau, weil wir sind ja im Speichermodus quasi. Was ist die einzig logische Konsequenz, wenn wir in so einem Stadium sind einer Fettleber? Ganz klar. Wir haben es gerade gesehen. Wir müssen im Prinzip verhindern, dass die Leber speichert. Das heißt, wir müssen den Blutzuckerspiegel tief halten. Ganz logische Konsequenz. Und das bedeutet, wir müssen den Insulinspiegel tief halten, indem wir zu viel Insulin vermeiden. Und jetzt gibt es praktisch Kohlenhydrate, die dieses Insulin sehr, sehr schnell und stark ansteigen lassen. Auch das wird für Sie keine Neuigkeit sein. Darum sage ich es aber nochmal ganz kurz. Beispielsweise Weißmehlprodukte, weiße Brötchen, weißes Mehl und so weiter lassen den Blutzuckerspiegel sprunghaft ansteigen und auch sprunghaft den Insulinspiegel ansteigen. Wohingegen komplexere Kohlenhydrate wie aus dem Vollkornbrot beispielsweise dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel langsam vor sich hin dümpelt und so eben auch weniger Insulin ausgeschüttet wird. Und wenn wir mal uns das anschauen, dann sind es eben schleichende Vorgänge. Das heißt, es passiert nicht von heute auf morgen so eine Fettleber, sondern über die Jahre entwickelt sich langsam eben diese Neigung sowohl zur Fettleber als auch zum Prädiabetes oder Diabetes. Sprich, wir sehen jetzt hier unten, sehen wir den HbA1c-Wert, den verzuckerten roten Blut, Farbstoff sozusagen. Anhand dieses Wertes können wir sehen, wie sehr ein Mensch oder wie der Zuckerspiegel in den letzten drei, vier Monaten war. Und wenn der im optimalen Bereich liegt, sagen wir mal bei 4,5, 5 oder unter 5,3, dann ist alles in Ordnung. Das Insulin bleibt relativ stabil. Hingegen, wenn wir dann schon drüber kommen, in den Bereich zwischen 5,7 und 6,5, ich habe Ihnen das schon mal in meinem Diabetes-Video gezeigt, dann kommen wir in das Stadium des Prädiabetes. Und die Leber geht schön langsam in diesen Modus, dass immer wenn Zucker kommt, wird er halt schön eingespeichert. Und wir provozieren sozusagen regelrecht die Fettleber. Und wenn wir noch weiter denken, wenn der HbA1c-Spiegel noch weiter ansteigt, dann könnten wir eventuell eben diese Fettleber ausbilden. Aber die Gefahr, dass wir dann Diabetes ausbilden, ist auch sehr, sehr hoch. Was heißt Diabetes? Ich habe es gerade schon erwähnt. Diabetes bedeutet, dass einfach das Insulin nicht mehr wirkt und dass das Insulin dann es nicht mehr schafft, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren. Das metabolische Syndrom, ich zeige Ihnen gleich die Definition von diesem metabolischen Syndrom und die Fettleber, die entstehen praktisch so parallel schleichend. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mich so im Umfeld meiner Tochter, die in die Grundschule geht, umsehe, wie viele Eltern es gibt, die ihren Kindern tatsächlich noch wirklich schlimme Süßigkeiten geben. Man sieht es ja an den Supermarktregalen, es würde nicht gekauft werden oder es würde da nicht stehen, wenn es nicht gekauft werden würde. Und ich bin wirklich erstaunt, wie viele Patienten mir dann auch, ich frage ja genau nach, sagen, ich brauche jeden Tag meine Cola, ich brauche jeden Tag Süßigkeiten und dann sind es die Gummitierchen und sonst was und da wird eine ganze Schachtel weggeputzt. Also glauben Sie nicht, dass das Bewusstsein der Bevölkerung dahingehend einfach geschärft ist. Wenn wir mal die Zahlen in Amerika anschauen, das ist natürlich nochmal viel krasser, die Standard American Diet, die provoziert diese Daten oder diese Fettlebern und so weiter noch viel mehr und auch den Diabetes beispielsweise. Und wie können Sie herausfinden, ob Sie gefährdet sind, wie können Sie herausfinden, ob Sie ein metabolisches Syndrom haben und dort sind eben drei Kriterien, dieser Kriterien, die ich Ihnen jetzt gleich zeige, beweisend. Erstmal der vergrößerte Teilenumfang. Dort gibt es unterschiedliche Maßstäbe. Die meisten Fachgesellschaften sagen 102 cm bei Männern und 88 cm bei Frauen ist die Grenze. Es gibt aber auch eine Fachgesellschaft, eine große, die sagt ja 94 und 80 cm wäre hier schon die Grenze für das metabolische Syndrom. Das zweite wären die erhöhten Blutfettwerte, also die erhöhten Triglyceride, entweder über 150 Milligramm pro Deziliter oder 1,7 Millimol und dann ein schlechter HDL-Wert. HDL können Sie sich immer merken, ist der gute Cholesterinwert. HDL, so merke ich es mir immer, für Hab dich lieb, HDL. Und wenn der eben zu tief ist, der gute Cholesterinwert, dann ist es eben auch ein Kriterium, das beweisend werden kann, wenn Sie noch zwei weitere erfüllen für das metabolische Syndrom. Hoher Blutdruck, wir wissen, Diabetes, hoher Blutdruck, gibt es eine enge Vergesellschaftung. Die Niere kann hier beeinträchtigt werden, aber der hohe Blutdruck kann eben auch ein Anzeichen sein des metabolischen Syndroms. Wir wissen, die Empfehlung Nummer eins bei hohem Blutdruck ist, Gewicht abzunehmen. Was machen die Ärzte? Sie verschreiben eine Blutdruck-Tablette. Das ist das Problem. Also hoher Blutdruck, über 130, der erste Wert, über 85, der zweite Wert. Und was wir noch einfach sehen, sind erhöhte nüchtern Glukosewerte, wenn Sie also nichts gegessen haben und der Blutzuckerwert ist über 100 Milligramm pro Deziliter, dann ist das auch ein Kriterium. Wenn Sie jetzt drei dieser Kriterien haben, dann liegt ein metabolisches Syndrom vor. So, was können wir tun? Es gibt eine tolle Sache, steht übrigens alles in dieser Leitlinie drin, für die Fettleber der Fachgesellschaften. Der Gewichtsverlust reduziert die Leberverfettung. Und zwar direkt proportional. Sprich, der Gewichtsverlust, wenn Sie Gewicht verlieren, dann wird auch die Leberverfettung weniger. In einem direkten Abhängigkeitsverhältnis. Und sogar noch ein Leberwert, der Leberwert, der häufig erhöht ist bei der Fettleber, der Leberwert GPT. Also, wir können von der Fettleber wieder in Richtung gesund gehen, wenn wir lebensverändernde Maßnahmen machen. Dazu gehört eben der Gewichtsverlust. Was noch? Was machen wir mit dieser Fibrose? Und da hat es mich auch fast von den Socken gehauen, wenn ich das gelesen habe. Auch der Rückgang der Fibrose ist mit Gewichtsverlust möglich. Das heißt, wir können sogar die Leberfibrose ein Stück weit wieder in Richtung Gesundheit entwickeln, wenn wir dieses Gewicht abnehmen. Das heißt, die Therapie der Fettleber muss sein, Gewichtsabnahme, und sie muss sein, Blutzuckerspiegel nach unten, indem wir nicht mehr so viel Insulin ins Blut locken. Und hier noch einige motivierende Zahlen, die Übergewichtigen mit Fettleber, dort ist die Empfehlung, dass man 5% Gewicht reduziert. Ich finde, das ist bewerkstelligbar. Wenn Sie denken, Sie haben jemanden, der 100 Kilo wiegt, davon sind 5% 5 Kilo, von 100 auf 95 Kilo. Das ist schon eine bewiesene Therapie der Fettleber beispielsweise. Wenn jemand eine Leberfibrose noch mit dabei hat, dann wird empfohlen, das Gewicht um 10% zu reduzieren. Und es wird empfohlen, 3 Stunden pro Woche ein Training zu machen, ein leichtes Training, wo Sie sich eben nebenbei noch unterhalten können. Aerobes Training, Nordic Walking beispielsweise, leichtes Joggen, Schwimmen, leichtes Radfahren oder was auch immer. Warum brauchen wir das? Das Problem der Fettleber oder auch der Leberfibrose ist die Entzündung. Und wir wollen hier über dieses Aerobe-Training praktisch ein Stück weit die Fettsäuren verbrennen und so weiter. Da wird wir hier nicht Richtung Entzündung tendieren. Die Empfehlung in den Studien ist die mediterrane Kost mit Kalorienreduktion. Das bedeutet, mediterrane Kost heißt eben Umstellung auf Vollkorn beispielsweise, einen hohen Gemüseanteil, einen höheren Obstanteil, Fisch, Omega-3, Fettsäuren und so weiter. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das ist einfach die Methode, die in der Wissenschaft so mit der Gewichtsabnahme mit am besten wegkommt. Mediterrane Kost heißt nicht Pizza, Pasta, Amore Mio und Dolce und so weiter, sondern es heißt einfach mehr Gemüse, mehr Obst und nicht italienische Pasta-Fröhlichkeit, sage ich mal. Das darf man nicht verwechseln. Also orientieren Sie sich eben an dieser griechischen oder italienischen Ernährung, der gesunden Ernährung. Vorsicht vor schneller Gewichtsabnahme. Und ich möchte hier wirklich warnen, warum? Weil es eben Daten gibt und Studien gibt, die gezeigt haben, dass gerade bei der Fettleber eine krasse, schnelle Gewichtsabnahme zum Problem werden kann. Warum ist das so? Ich habe gerade gesagt, dass die Fettlebererkrankung eine Erkrankung ist, die Richtung Entzündung tendieren kann. Wenn Sie jetzt also schnell Gewicht verlieren, dann kann es sein, dass Sie eben hier eine Entzündung massiv verschlimmern und dass Sie eben Ihren Allgemeinzustand dramatisch verschlechtern, den Zustand Ihrer Leber. Und das möchten wir auf gar keinen Fall. Es gab hier sogar schon Todesfälle und das ist hier natürlich etwas sehr Motivierendes, was ich verstehen kann, auch so ein Video anzuschauen oder diese Zahlen anzuschauen. Aber hüten Sie sich vor einer sehr, sehr schnellen, krassen Diätmaßnahme, denn der Schuss kann nach hinten losgehen. Das schafft die Leber praktisch nicht, ihr Fett so schnell wieder auszuspeichern. Das würde Sie nur mit einer Entzündungsreaktion schaffen. Heißt, nehmen Sie unter therapeutischer Kontrolle ab, wenn Sie wirklich übergewichtig sind. Sprechen Sie Ihren Arzt an und sagen Sie, kann ich ab und zu zur Blutentnahme kommen? Was empfehlen Sie mir? Ich möchte einfach sicher sein, wenn ich abnehme, dass ich gesund abnehme, dann muss der Arzt einfach ein paar Leberwerte machen oder die Nierenwerte begleitend. Sie können dann natürlich zu einem Ernährungsberater gehen oder was auch immer, welche Methode machen. Aber wichtig ist einfach, dass einer das im Blick hat und sagt, okay, wir sind noch im grünen Bereich, die Gewichtsabnahme läuft nicht zu schnell. Wie ist es mit ketogener Ernährung? Die Frage wird sicherlich kommen. Es gibt fantastische Studien zur ketogenen Ernährung und auch zur Fettleber. Aber es gibt auch Studien, die dagegen sprechen. Und ich möchte hier nochmal warnen, ketogene Ernährung funktioniert in Einzelfällen super, 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 super schnell. Okay? Und Sie können da einen richtigen Switch im Stoffwechsel auslösen. Aber es funktioniert zu schnell oftmals. Und deswegen auch hier, wenn ketogene Ernährung, dann würde ich sagen, bei wirklich übergewichtigen Leuten, bei gefährdeten Leuten, wo schon die Leberwerte oder andere Werte auffällig sind im Labor, einfach unter therapeutischer Maßnahme oder therapeutischer Begleitung abnehmen. Was sollten Sie also meiden? Reduzierung des Alkoholkonsums, also alkoholische Fettleber auf jeden Fall komplett weg reduzieren, auf Null. Die Leute mit normaler Fettleber, also nicht alkoholischer Fettleber, die dürfen weiter Alkohol trinken. Was bedeutet das? Es gibt also so einen Grenzwert. Man spricht hier von einem Standardgetränk, es sind 10 Gramm. Bei Frauen werden 10 Gramm Alkohol entspricht einem Standardgetränk 0,33 Liter Bier oder ein Glas Wein oder ein Glas Schnaps. Das wäre also ein Standardgetränk und die Männer dürfen doppelt so viel trinken. Ich persönlich würde das, ich würde sagen, auch bei der nicht alkoholischen Fettleber Alkohol so weit wie möglich runter reduzieren, denn auch Alkohol bzw. Bier oder so lockt Ihnen natürlich wieder Insulin ins Blut. Dann die Reduzierung der Kalorienzufuhr. Klar, wenn wir zu viele Kalorien von Haus aus aufnehmen, dann wird die Leber immer wieder dankend sagen, hier bitte, ich bin der Speicher, zu mir zuerst. Und deswegen Reduzierung der Kalorienzufuhr eben in Verbindung mit einer gesunden Ernährung. Fettreiche Lebensmittel sollten Sie meiden natürlich. Wir müssen uns nicht das Fett noch reinpacken. Vom Schinken gehört dann einfach das Weiße weg und solche Dinge. Also natürlich sind Sie in einer Lage, wo Sie fettreiche Lebensmittel wieder in Fett einspeichern, wenn Sie im Speichermodus sind. Zuckerhaltige Lebensmittel haben wir schon genannt. Schauen Sie sich mal an, es gibt gute Konzepte. Schauen Sie sich die glykämische Last an beispielsweise, der glykämische Index und so weiter. Also das sind Konzepte, wo wir sehen, hoppala, dieses Lebensmittel, das erhöht mir meinen Blutzuckerspiegel oder es lässt mir meinen Blutzuckerspiegel in Ruhe. Achten Sie auf die Fruktose. Fruktose ist Teil des Haushaltszuckers und wenn wir viel Fruktose zu uns nehmen, dann haben wir ein Problem. Die Fruktose wird sehr, sehr gerne in der Leber gespeichert. Das heißt jetzt nicht, dass Sie auf Früchte verzichten müssen. Apfel, Birne und so weiter, das ist okay. Aber das bedeutet, dass Sie auf Trockenfrüchte beispielsweise verzichten müssen, weil dort der Fruktosegehalt sehr, sehr hoch ist. Oder dass Sie auf Obstsäfte verzichten sollten, weil wir auch hier wieder ein Konzentrat haben und der Fruchtzuckerwert sehr, sehr hoch ist. Ja, Weißmehlprodukte wollen wir meigen. Dafür lieber Vollkorn, das hatte ich schon erwähnt. Und ich kann Ihnen nur hier raten, sich diesen kleinen Ratgeber zu holen, den ich Ihnen hier gerne nochmal runter verlinke. Es ist ein kleines Büchlein, wo drin steht, welches Lebensmittel den Blutzuckerspiegel wie stark ansteigen lässt. Und das musste ich auch lernen als Arzt. Mir wurde das an der Universität nicht beigebracht, dass beispielsweise Datteln mit die schlechtersten Früchte sind, weil sie den Blutzuckerspiegel einfach extrem hoch ansteigen lassen und im Gegensatz zu getrockneten Aprikosen besser sind und gegen frische Aprikosen ganz furchtbar schlecht abschneiden. Also je frischer das Obst ist, desto besser. Die Banane macht dann natürlich wieder einen leichten Ausschlag. Also das kann man alles eben mit den sogenannten Werten glykämischer Last oder glykämischer Index beschreiben, sodass man tatsächlich weiß, hoppala, das ist ein Lebensmittel, das eben sehr viel Zucker enthält, das sehr viel Zucker dann freisetzt und das nicht gut geeignet ist für mich. Zu schnelle Gewichtsabnahme haben wir gerade erwähnt, körperliche Inaktivität, das heißt, werden Sie wieder aktiv, Sie müssen nicht gleich mit drei Stunden starten, starten Sie mit 20 Minuten pro Woche, wenn es Ihnen nicht so gut geht körperlich, das reicht erst mal aus und steigern Sie dann nach und nach die körperliche Aktivität. Aber Sie werden Ihre Fettleber nicht los, wenn Sie auf der Couch sitzen bleiben und anstelle von Chips dann an einem Möhrchen knabbern. Also werden Sie aktiv in welche Richtung auch immer. Und dann müssen wir noch bestimmte Medikamente oder sollten wir einfach da uns bewusst sein, dass bestimmte Medikamente eben Fettlebern auslösen können, wie beispielsweise Cortison oder wie MTX oder Tamoxifen oder Amiodaron, das ist ein Herzmittel. Also haben Sie auch das auf dem Schirm, dass vielleicht Ihre Fettleber daher kommen könnte, dass es eine Beteiligung gibt und sprechen Sie gegebenenfalls mit dem Arzt dann darüber, ob man vielleicht das eine oder andere Medikament umtauschen kann gegen ein anderes, was eben die Fettleber nicht auslöst, wenn Sie es schon haben. Und stoppen Sie das Rauchen, ganz, ganz wichtig eben bei der alkoholischen Fettleber, denn Rauchen, haben wir gesehen in den Studien, ist eben begünstigend für die Fettleber. Ja, der Diabetes mit seiner Vorstufe Insulinresistenz und Prädiabetes, der zieht durch die Langen und somit wird auch der Anteil der Menschen höher, die eine Fettleber haben. Wenn Sie dieses Video teilen möchten, dann helfen Sie bestimmt Menschen, die vielleicht gefährdet sind oder sogar schon eine Fettleber haben. Ich freue mich, wenn Sie den Kanal abonnieren. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Abonnenten und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Hier sind noch Videos verlinkt, die zu diesem Thema passen. Bleiben Sie gesund und bis bald.